Wir machen hier weiter in Grafen City. Können wir hier raus marschieren? Könnten wir? Okay. Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Es ist keine Zeit zu verlieren, solange meine Familie dabei entehrt ist und Krieg tot. Oh, noch einer. Das ist natürlich nicht so, wenn wir das. Das ist so, dass wir vielleicht auch mal wieder auf der anderen Seite kommen. Oh, das ist ja schon. Das ist wirklich gut. Ich bin schon mal in der Lage. So... 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 Mal gucken, was er hier sagt. Bittet und Asha wird antworten. Wie meint ihr das? Ihr seid ziemlich blass, mein Herr. Ich dachte gerade bei mir, dass ich gerne meine Zombie-Rekruten im Kampf erproben würde. Aber wie sollte ich sie in einer schmutzigen Kloakup erproben und nun seid ihr hier? Habt ihr den Mut, gegen eine untote Armee anzutreten? Dann gebt alles, liebes Freund. Level 7 Er hat nur normale Einheiten. 5, 6 Angriffs will. Ist ja nicht normal. 5, 6 Angriffs will. Und die siebente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 3, 6. 3, 5. 4, 5. Das wird eine enge Kiste Oh nein, dann bildet der Automatisch eine Mauer Oh ja... Scheiße... Oh ja... Ich hasse die Untoten... So, jetzt verliert er wieder Angriffskraft... Ich muss ihn jetzt kurz gebrochen... Ich hätte sie nur umstellen können. Ich hätte sie nur umstellen können. Ich hätte sie nur umstellen können. Ich könnte jetzt Risiko spülen. Oder ich schaue die Priesterin jetzt woanders hin. Ich hätte sie nur umstellen können. Ich hätte sie nur umstellen können. Ich habe mich an dem Stab orientiert. Das war jetzt mega clever ey. Ich bin so doof. Oh oh. Oh, das war sehr unklever. Oh. 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 Und... Eins Zwei Und drei So, die Sisteln ist weg Ah, toll Das war's für heute. Hmm, Mann. Jetzt ist die hier zerstört Und der Kampf zieht sich und zieht sich Oh no, nicht jetzt schon wieder Ernsthaft Okay Na entweder du läufst jetzt oder du läufst jetzt ins Spiel Okay, bis gleich So, zack 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 Das war's für heute. Mist. Blau wär's? Ey, das geht langsam nicht auf der Eier. Nach der Folge muss ich echt wieder wenden? Nee, ist kurz mehr an. So, der Ritter wird auch wieder nicht durchkommen. Oh, Gott. 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 EUR k04 Klasse. Was ist das? Ah, langsam kann ich nicht mit dem Bock mehr mit der Framerate hier, ey Zank Bilden sie noch ne Mauer 1, 2, 9, 3 Nasi 3, C All of them Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dieses Match gewinnen will, weil wir zu viele Einheiten verloren haben. Ich weiß nicht. Was ist das? Oh! Oh! Oh man, gewonnen, aber zu welchem Preis? Zombies, ihr seid eine ziemliche Enttäuschung für mich. Manche behaupten Zombies taugend nur zum Fliegen von Feldern. Ich sehe das eh nicht, nur ziehe ich es vor, wenn sie leicht nur auf dem Schlachtfeld fliegen. Na gut, geht's in den nächsten Session weiter. Spitz wieder, danke mich. Bis dann. Spitz wieder, danke mich.